Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video Bitcoin bei 36.400 US-Dollar. Wir haben gestern einen neuen Dump gesehen und unsere Long-Position ist ausgestoppt worden. Warum ist das passiert? Wir hatten gestern sehr, sehr bescheidene Arbeitsmarktdaten aus den USA. Also die Arbeitslosenzahlen, also die Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe sind deutlich angestiegen. Das hat die Märkte ein bisschen unter Druck gesetzt. Auch die Stocks in den USA, wenn wir da mal ganz kurz drauf gucken, haben etwas korrigiert, nachdem wir hier zum Beispiel beim Nasdaq ein neues All-Time-High gesehen haben. Setzt sich jetzt möglicherweise dieser Trend vor, dass wir möglicherweise einen größeren Dump sehen, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, dann würde ich aber sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 36.400 US-Dollar. Aber wir halten weiterhin unseren Up-Trend. Also technisch gesehen befinden wir uns weiterhin in einem Up-Trend. Auch auf Daily-Sicht sieht das Ganze immer noch nicht so mega bearish aus. Natürlich, wir haben dieses Hoch hier oben, könnte man schon malen, okay, wir haben ein schönes Doppeltop gebildet, nachdem wir eine schöne Kerze hatten, am nächsten Tag jetzt also gestern wieder deutlich abverkauft wurden. Volumenstechnisch gehen wir deutlich nach unten. Also das sind so die ersten bearishen Anzeichen. Weshalb ich ja vor zwei Tagen schon mal gesagt habe, ich glaube nicht mehr so wirklich an die 40k. Nach dem Move dann gestern sah es schon wieder ein bisschen mehr so aus. Also momentan, wir sind ein bisschen auf Messerschneide mittlerweile, weil, wie gesagt, der Trend ist intakt. Wir schaffen aber kein höheres Hoch mehr und die Liquidität verlässt langsam aber sicher den Markt. Also der Markt tut sich schwer. Weiterhin nach oben gekommen mit frischer Liquidität. Meiner Meinung nach ist das Ganze sowieso etwas überspitzt. Es hat sich an der Gesamtlage weltwirtschaftlich kaum was geändert. Das Einzige, was die Kurse momentan einfach nach oben treibt, ist eben dieser komplette Pessimismus, den, weil jeder seit einem Jahr wahrscheinlich rumschreit, ja, Wirtschaftskrise kommt, es kommt der Mega-Crash etc. Deshalb shorten alle in den Markt, deswegen steigen auch die Kursen, weil die ganzen Shorter dann liquidiert werden. Das ist für mich momentan die einzige Erklärung, warum derzeit alles steigt. Wir Aktienmärkte mit neuen All-Time-Highs haben, obwohl wir massiv hohe Zinsen haben, die Arbeitsmarktdaten absolut bescheiden sind. Das ist das Einzige, wie ich mir das momentan irgendwie erklären kann. Ansonsten, wie gesagt, der Trend ist bei Bitcoin intakt. Also wir müssen uns noch keine Sorgen machen. Wir sind in der Spitze gestern auf 35.500 US-Dollar abverkauft worden. Also ganz, ganz knapp hier. Weiterhin diesen Abtrend getestet. Kein tieferes Tief. Wir bilden weiterhin höhere Hochs. Und das ist das Wichtige auf Schlusskursbasis. Auf 4-Stunden-Basis hatten wir hier oben diesen WIG bei 38k. Dann konnten wir zuletzt bei ungefähr 37.900 US-Dollar schließen. Auch mit einem 4-Stunden-Close. Das heißt, technisch gesehen haben wir auch hier ein höheres Hoch gesehen. Und wir bilden höhere Tiefs. Das heißt, noch müssen wir uns keine Gedanken machen. Jetzt haben wir heute Freitag. Wochenende steht vor der Tür. Also man sollte aufpassen, dass man jetzt nicht mehr unbedingt hier in irgendwelche Long-Positionen reingeht. Ich sage nochmal gestern dazu, die Position gestern, die Idee war, das Psy-Low als Support zu testen, unseren Vektor zu füllen. Und dadurch im Endeffekt den Stop-Loss unter das Golden Pocket zu legen, damit diese Position dann nach oben hin den Trend weiterhin fortsetzt. Diese Position wurde dann ausgestoppt, weil eben, wenn wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Timeframe reingehen, die Vektor-Candles mal ganz kurz anmachen. Wenn es lädt, ist Wurst. Auf jeden Fall, das hier oben war die Vektor-Candle. Wir sind da einfach komplett durchgeballert, ohne Sinn und Verstand. Und das war das, was ich vor ein paar Tagen schon mal gesagt habe. Also vor, genauer gesagt, zwei, drei Tagen hier am 14. November. Wo es exorbitant schnell nach unten hin ging, weil momentan der Markt sehr, sehr wenig Liquidität hat. Wir steigen meistens, und das sehen wir, da könnt ihr jeden Volumen-Chart einfach angucken, wir steigen meistens, weil kein Volumen in dem Markt ist. Sondern weil wir die ganzen Shorter immer wieder ausstoppen und dadurch der Kurs steigt oder Spot-Aufträge kommen. Aber so eine wirklich nachhaltige Bewegung sehe ich da ehrlich gesagt immer noch nicht. Da müssen wir erstmal komplett durch 40k schießen und dann Richtung 50k und dann eine komplette Korrektur sehen, damit ich diesen ganzen Mist hier wirklich glaube. Aber momentan bin ich einfach immer noch zu skeptisch. Kurzfristig wird es jetzt heute im Laufe des Tages interessant, wenn wir uns das FIP-Level ziehen von unserem High bei knapp 38.000 bis zu unserem Tief bei 35.500 US-Dollar. Wie reagieren wir hier oben an der 37k-Marke? Auch in den letzten Tagen hier immer wieder signifikanter Widerstand gewesen, wo wir es nicht wirklich mit einem Candle-Close drüber geschafft haben. Bis auf dieses in Anführungszeichen Fake-Out, was wir da jetzt eben hier hatten vorgestern, könnte sehr interessant werden. Sollten wir hier nämlich zurückgewiesen werden und nicht drüber kommen, sieht es eindeutig auch aus, dass wir hier auf jeden Fall nochmal abverkauft werden. Also ich traue dieser ganzen Bewegung derzeit noch nicht, außer es kommt doch noch irgendeine ETF-Zulassung, aber der Zug ist jetzt erstmal abgefahren. Natürlich auch ein bearisheres Umfeld, weil jeder mit einem ETF wieder gerechnet hat, jetzt kommt er doch nicht. Natürlich, also keine Ahnung, ich würde es auf jeden Fall momentan eher ein bisschen auf die bearish-Seite derzeit einfach ein bisschen legen. Das wäre eine kleine Short-Option, muss ich mir aber dann überlegen, nachdem die ganze Woche schon extrem scheiße war. So fair muss ich auch sein, was auch Aktienindizes ist, wenn wir uns morgen dann im Wochenausblick nochmal ein bisschen genauer angucken. Aber Short heute nicht mehr aufbiegen und brechen, auf keinen Fall. So, gehen wir rüber zu Ethereum, wie sieht es dort aus? Gleiches Spiel wie bei Bitcoin, also Position wäre auch hier, wir sind nur in Bitcoin reingegangen, nur so zur Info, bewusst nicht, weil wir dann auch hier durchgefallen sind. Also Golden Pocket hat beim ersten Zug hier gehalten, das sieht man ganz gut auf dem 4-Stunden-Timeframe, auch auf dem 1-Stunden-Timeframe, 3 Stunden hat es gehalten, beim 4. sind wir dann nach unten hin gesackt, das heißt, ist Golden Pocket auch hier durchbrochen. Interessanterweise haben wir aber auch hier kein tieferes Tief gebildet, natürlich dieser WIG hier hat diesen WIG hier zu knapp 90% erstmal aufgefüllt, alles schön und gut, tieferes Tief trotzdem nicht gebildet. Wir befinden uns bei Ethereum weiterhin in einer Akkumulations- und Seitwärtsphase, das wiederum spricht eher wieder fürs Bullische im Gegensatz zu Bitcoin, wo wir einen Aufwärtstrend haben, der sich aber deutlich abspricht. Ethereum mit einer sehr, sehr großen Seitwärtsphase, wenn wir uns das mal prozentual angucken, sprechen wir von einer Seitwärtsphase von 10%, also sehr, sehr große. Diese Akkumulations-Range, die sich hier gebildet hat, was mich immer noch so ein bisschen stört und das war ja auch der Aspekt, warum wir dann hier diesen Run verpasst haben, dieser WIG und diese Ineffizienz plus Vector-Candle sind eben hier noch nicht gefüllt. Das heißt, ich gehe grundsätzlich erstmal davon aus, dass wir diesen Bereich hier einfach nochmal entweder heute noch im Laufe des Tages sehen oder in den nächsten Tagen und dann versuchen nochmal nach oben hin die Liquidität aufzusammeln. Ansonsten sollte das heute nicht der Fall sein, dass wir hier runter gehen, dann gehe ich eher davon aus, FIP-Level bis zu unserem Tief jetzt gerade mal ziehen, dass wir hier auch die Marke von knapp 2037 bis 2030 hier irgendwo in diesem Bereich auf jeden Fall nochmal testen sollten. Auch hier vergangenheitsmäßig auf der 1-Stunden-Time-Basis sehen wir auch Support gewesen, dann gnadenlos drunter gefallen und dann hier Probleme gehabt drüber zu kommen, also macht sehr, sehr viel Sinn, dass wir hier möglicherweise im Laufe des Tages nochmal hinsteigen und dann Abverkauf sehen. Sollten wir dann hier wirklich drunter fallen unter die Marke von sogar 1900 US-Dollar, sehe ich hier ehrlich gesagt schwarz. Das wäre jetzt die letzte Möglichkeit, hier nochmal die Liquidität aufzuschnappen und dann nach oben hin durchzubrechen. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was sagt ihr dazu oder was haltet ihr davon? Momentan sagt ihr, diese ganze Bewegung ist absoluter Bullshit, wovon ich immer mehr ein bisschen ausgehe oder sagt ihr, nee, ist doch alles okay, wir werden auf jeden Fall Tudemovien. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wir hören uns dann später nochmal zu einem kleinen XRP-Update-Video, es ist Freitag, wisst ihr ja Bescheid. Und ja, ansonsten, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und ja, wir hören uns dann später nochmal. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.